Willkommen zu einem neuen Video Minecraft Zeit und damit frisst was gegessen ich habe hier was gegrillt meine zwei Eisen muss sein und iiii warum ist hier ein Goldblock auf jeden Fall letztes mal war in dieser Folge unten im Nachschauen ein Holzblock und ihr wisst euch wo es sich geführt hat so ein Stadt wo dieses rosa Haus war was 100 Jahre ist und unbedingt das Roman Video gucken wo es dieses Bitshackel hat nicht dass wir denken ich habe sie mehr gesietet aber habe ich nicht und gleich kommt noch ein Video Minecraft Laus und Minecraft Laus wird toll und ja ich weiß dass es bisschen früh ist ne aber ich denke jetzt sollen wir schon in den Portal gehen ne wäre nicht schaden eigentlich ich gehe jetzt einmal kurz doch nicht ich will nicht ich will nicht in eine Höhle gehen schreibt mir in die Kommentare dass ich in ich in die Höhle einmal gehen soll weil bis jetzt war es in dem Projekt nur im Portal oder ihr wollt nur dass wir im Portal gehen wenn es immer für euch spannend ist also gehen wir rein also gehen wir rein mal hallo Ich glaube, das Gold ist hier viel zu hart. Ich muss, glaube ich, die Goldspitz sagen. Aber guck mal, wie schnell das geht. Hä? Warum? Okay, ich habe hier ein Loch gemacht, aber es will nicht. Guck mal. Guck, deswegen ist Gold richtig schlecht. Jetzt geht das. Es hat gebackt. Ich konnte kein Gold abbauen. Okay, aber es ist eigentlich richtig gut. Kann man ruhig mitnehmen. Aber ich nehme jetzt nur 20 mit. Und wollen wir mal alle eingreifen? Dann werden alle uns hier folgen. Komm, machen wir. Ich glaube, es war nicht so eine saue Idee. Niemals kommen wir Pigments an. Oh nein, da ist Baby. Ich bin hier oben. Die haben bemerkt, dass ich der Räuber bin. Bitte nicht. Garst, bitte nicht. Du bist der Netteste. Nicht sterben. Okay. Oh nein. Okay, mein Lieblingskampf. Boing. Ich glaube, ich schaft den Gas nicht. Ich glaube, den schaft ihn niemals. Oh, 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 diese Welt von Gold, die ist so gefährlich. Oh, bitte. Zombie Pigments. Nein, da ist der Portal und ich muss da raus. Ich will nicht mehr in dieser Welt. Die ist zu schlimm. Was ist los, wenn die Diamantwelt kommt? Was wird dann der Böse sein? Ich glaube, Endermen, wegen Endermens, lieben wir Diamanten. Also Endermen ist nicht so ein Schlimmer. Okay, ähm. Das ist richtig schwer, gegen den zu kämpfen, eigentlich. Aber es wird von dem Ding, den Goldschwert. Es ist Halloween. Ich wurde von Zombie Pigments getötet. Vom Boss wurde ich getötet. Man kann es richtig laut sehen. Hier, es wurde vom Boss getötet. Hier, sogar ein Strich. Okay. Wir drücken jetzt einfach. Ich spawne jetzt hier. Warum spawne ich hier? Haben die viel Leben? Guckt mal. Leute, guckt mal. Wie viel Leben sind das? Will ich von ihnen haben? Nein, die wollen mich so... Oh! Es ist nicht ein bisschen so komisch hier? Ey, komm, lass es nur raus gerade. Oh, das sind wie Pigments in unserer normalen Welt. Oh nein. Oh, so, das haben wir mit Pigments. Aber das ist nur einer. Der hat überhaupt keine viele Leben. Wenn der nicht in Niedheit ist. Boah, bitte. Okay, haben wir Äpfel in unserer Kiste? Nein. Wir machen uns aber Gold, aber wir haben ein Stack Gold. Das ist schon eine Menge. Mit einem Stack Gold können wir richtig viel anfangen. Ne? Wir können uns über 1000 Goldäpfel vielleicht schon machen. Aber es machen wir auf jeden Fall keine Goldrissen. Die ist wirklich schlecht. Ne? Aber was ich haben wollte, ist ein Goldswert. Goldswert ist einfach eine coole. Ähm, hier, Goldswert, aber das riecht sich nicht kaputt. Nur, das sieht cool aus. Okay, ich baue jetzt den Baum ab. Okay. Oh, hier ist ein Apfel. Und da ist auch ein Apfel. Tut mir leid. Tut mir leid. Okay, tut mir leid. Ähm. Aber ich will Äpfel. Oder sollst du mir so einen Apfel machen? Könnte ich machen eigentlich. Wir machen jetzt einen Op-Gold-Apfel. Ne? Ne? Boom, 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 boom. Ja. Hier ist der Op-Gold-Apfel. Ne? Der ist richtig cool. Also, wir essen ihn. und... Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Hä? Hä? Oh, wir wollen hier rauskommen. Oh, wir sind bei der Erde? Oh. 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 Oh, wir waren getötet. Oh. 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 Ist nicht gruselig, Obwohl bald Weihnachten ist? Warum die Bösen noch immer wegen Halloween hier rumlaufen? Ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, wo... Oh. Ich wurde nur hinter dem Berg gemacht, dass ich nicht sehe, wo mein Haus ist. Aber ich weiß, ja, wo Süden und Norden und so ist, ne? Und ich bin ja auch nicht so schlecht, dass ich nichts weiß, also der Böse weiß ich glaube ich nicht. Hier ist Lava. Ja, aber wo sind unsere ganzen Sachen? Wo sind die? Ah, der Nähter ist da, aber wo sind diese Sachen, die wir hatten? Oder sind die noch im Grab? Wir laufen jetzt einmal noch. Okay, ich bin jetzt im Wald nochmal da hier gelaufen und ich gucke noch in jeden Grab rein. Nein, hier ist nicht meine Kiste, nein. Beim Königskrab? Auch nichts? Nein, auch nicht. Vielleicht da? Hatten wir hier so einen? Nein. Nein. Okay, dann laufen wir nochmal bei uns nach Hause. Okay, ich glaube es ist bei uns nach Hause. Oder? Es ist bei den Haus da. Aber das Portal ist noch immer wie Gold, ne? Also das ist schon gut. Was? Es hat sich jetzt einfach eben als diesen Blog da verändert. Lauf nicht Enderman. Auf jeden Fall habe ich es genug gesehen heute für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein Leute und guckt den Video an und dann liked den Video und gebt den Video schlecht oder gut. Erstes Video guckt nicht einfach andrücken und schlecht, fertig. Sondern erst gucken und dann bewerten und abonniert den Kanal falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt einen Kommentar. Ich sage jetzt nicht nette Kommentare. Und guckt euch alle Zeitvideos an. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein Leute. Schau.